Du, 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 du ich schieße zurück du blöder den falschen angeschossen die sind ja alle drauf hier wo geht's hin ich habe angst ich bin allein toll jetzt komme ich ohne armor hier an du kleiner du bist ja so gut ich hasse dich alles klar schreckt mich nicht so was hat der der schadde muss er noch mal üben ich glaube er wills noch mal ja er ist noch mal was ist dein ernst wie er wegläuft wie er weggelaufen ist er hat fucking 1hp oh mein gott ich bin immer der idiot da rein kommt immer ich muss ich jetzt von vorn anfangen das volkssturmgewehr kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom Hilfe wo sind alle krass 6000 das kostet auch jeden tag anders kom kom Lass mich rein! Ich brauche Geld! Das hab ich noch gehandelt. Okay, okay. Muss nur kurz... Muss nur kurz hier. Da war einer. Gott, das sind ja überall welche. The fucking cheater. Du Idiot. Mal reinhalten hier. Dann werde ich da rüberfliegen. Dann ist schon wieder alles vorbei. Ich bin zu spät. Was? Ach man. Toll. Ich will meinen Stuff wieder. Blöder. Oh, hallo. Ich muss nur kurz meine Raffe aufheben. Dann mach ich mit. Okay, keine Mun mehr. Die haben mir meine Muni geklaut. Die, die haben mir meine Muni geklaut. Okay. Ich wusste es. Weil man vom Dach runter geht, war es das. Und jetzt? Oh, hallo. Nein. Okay. Da werden jetzt alle Camp landen. Inklusive mir. Ich hab keine Muni mehr. Fuck. Da ist einer. Ach du kleiner wieser Hund. Nein. 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 Zwei Seiten. Hau bloß ab. Du kleiner. Ich sehe nichts. Meine eigene Waffe ist schuld, dass ich nichts sehe. Hier ist einer. Ja. Ja. Kann man mal machen. Ich hab keine Muni mehr. Das ist bedauerlich. Aber du hast doch sicher Muni. So. Jetzt wüsste was zu tun ist. Dann würde ich es tun. Na störe ich dich bei... Was? Bestimmten. Der hat sich ein Lodi gegönnt. Da kennt er nichts. Ui. Nein. Ich hab irgendeine DMR. Es ist zu schwer. Ich glaube es wird gleich Zeit für einen Eiskaffee. Dann geht es doch besser. Auch für ein neues. Wie viele Sekunden werde ich diesmal überleben? Ich. Ich brauche eine Waffe. Wow. Nicht so eine Waffe. Ich brauche eine richtige Waffe. Welche meiner eigenen Steps? Oh nein. Dachte ich es mir doch. Du kleiner. Dachte ich es mir doch. Gib mal einen Lodi. Komm. Lol. Hä. Wo denn? Wie drin? Hallo Lodi. Hi. Hi. Cool. So mag ich das. So brauche ich das doch. Jetzt gehe ich in die Kirche rein. Oh. Nein. Wieso? Weil ich mich ducke und er schießt mir in den Kopf. Geil. Ich wollte dich eigentlich boxen. Aber so geht es auch. Oh Gott. Die Zombies. Oh Gott. Die Zombies. Wenn der mich jetzt tötet. Dann sterbe ich. Wo bin ich hier reingeraten? Hallo? Habe ich meine Waffe wieder eigentlich? Der hat mir meine Waffe geklaut. Schau ihn dir an. Schau ihn dir an. Schau ihn dir an. Wenn mir einfach mal eine Waffe klaut, der kleine. Ich habe so Angst alleine. Das ist einfach schrecklich. Hallo? Oh. Heartbeat ist ja nützlich. Wow. Fuck. Jetzt weiß ich wieder, warum ich nicht Heartbeat spiele. Ah. Geil. Ein Schild kriege ich. Nice. Na gut. Na gut. Okay. Achja. Aber ich glaube, ich werde mal das große Mac reinballern. Was? 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 Es reicht nicht. Das große Mac reicht nicht. Nice try. Wieso werde ich von hinten angeschossen? Wenn ich was vorhabe. Wenn ich was vorhabe. Wow. Es landet der andere wieder, den ich gerade gekillt habe. was vorhabe. Die Frage ist, soll ich mir das gefallen lassen? Oder nicht, Freunde? Oder nicht, Freunde? Er lässt auch meine Waffe liegen. Das ist nett von ihm. Einfach von allen Seiten und immer nur auf mich. Niemand schießt auf irgendeinen anderen. Alle auf mich. Immer auf die Kleinen. Und das bin ich. Untertitelung des ZDF, 2020